ja und hallo heute mal wieder Minecraft Pocket Edition und ja heute baue ich einen Server und ich möchte mal euch so ein bisschen zeigen wie ich es halt so baue und ja und das heute mal mit Musik im Hintergrund und dann bis gleich ne also ich habe euch schon gesagt dass ich ein Server gerade baue wo ihr zu gucken zu gucken könnt und ja dann viel Spaß ich bin es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020